Wer wohnt jetzt da im Haus? Zuhause. Zuhause. Sehr schön, an der anderen Seite auf Besuch. Nicht so nette. Ja, sehr schön. Habt ihr euch schon gefreut, dass der Nikolas kam? Ja. Wir haben immer beim Fenster aufgeschaut. Ja, da sind ja viele schon für uns. Und dann ist der Blütenhörer voll. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020